Dann kam der Durbo von Schiedern einfach mehr Fokus! Schaff hier, Hannes Rehnbohr, einen Ball, in die Süßigkeit, von der Wiese vorne, und von der Beutel. Achtel-Hundertpro, in die Hörbühne, und der Hörbühne, Helmung-Final. Deutschland dreimal auf Bordium, und jetzt muss er natürlich die Kiste draufmeißen! Ja, herz'n Applaus! Ja! Schaff! Das ist der Wettbewerb! Er hat der Wettbewerb! Sieht, das ist der Wettbewerb! Heimann Weltkrieg von Rössenflach von Hölz, in der Beine der Vachstangebüren von den Flankenhäusern. Rösten von Köln! Rösten von der Haaren, die einstiegende Sussanflachstern, der Hölge mit den Kostadern der Helge mit den Köln und Herzlichen Zinsen. Das war's. Hans-Eusterei! Hans-Eusterei! Hans, du bist hier international! Der Handtang, weil der Besiegegeber ist, bei dem HUSBOREN-EINFOREN ist und jetzt sagt man knapp 40.000 für ein Schöne den Namen schrei. An der ersten Stelle 2014 gibt es für Hans-Eusterei! 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 Hannes, Hannes, Reichen, der Radstädter, Hannes, alles was jetzt passiert ist völlig egal, riesige Leistung von mir und während der Hannes Reichen jetzt gefeiert wird, kann auch ein anderer Österreicher sehr zufrieden sein und der steht neben dem Turm, nämlich Max. Franz, Momentan, auf Rangtick! Max, bevor er sich gut gejährt hat, ist nach hinten geeinigt, jetzt in diesem Fall, fragt man es mit Wasser, oder wenn der eigene Kollege einen schlägt. Ja, ist okay. Hannes, gratuliere, starke Watt. Sag mal, was hat der Hannes jetzt ein bisschen besser um die Kurve gebracht als in deinem Fall? Ja, das ist meine obere Passage, einiges besser gefahren. Also, auf jeden Fall in der obere Passage einiges gut gemacht und... Äh... Jetzt räumen Sie mal richtig, aber das wird nicht nichts offensichtlich. Das bleibt nicht so etwas als Sieger. Egal, bis zuerst. Das geht nicht aus. Also, da haben Sie das wenigstens für die ersten Städte. Hast du gesehen, wie sich Tobias so rätig gefreut hat, mit Hannes Reichen, aber es sind da schon noch einige heiße Eis oben. Bereits zu Bayern, der Klinger oder Sport, der Brief, Roger, France und Pichy.